Wir haben ein Meisterwerk geschaffen. Das ist ein Bonk-Klick-Tot-Sound. Holy shit, ist das gut. Ich kann es nochmal sehen, kann es so gut. Come to the point, Wilhelm. Ich muss jetzt ganz dringend zu Mike, weil wir haben zwei neue Charaktere, Sköter und Wilhelm und wir sind Künstler und wir malen jetzt ein Bild und wir müssen die Sachen jetzt noch besorgen und da seht ihr jetzt, wie wir sie besorgen und wie wir das Bild malen. Es wird pervers. Vielleicht gibt es so einen Scherzartischl-Schnuppert. Scherzartischl-Schnuppert. Scherzartischl. Alles, was du siehst, ist Künst. Alles, was wir lieben, Künst. Alles, was wir machen, Künst. Alles, was wir haben, Künst. Ja, Künst, genau, Künst. Hund kackt auf die Straße, Künst. Operierte Nase, Künst. Sogar Kitty Cat ist Künst. Ja, alles ist einfach Künst. Aber was ist mit... Nein, alles ist Künst. Alles? Alles. Wirklich alles? Wirklich alles. Wow. Ups, die, die da gehen. I play with your penis. With my penis. Sköter, Wilhelm, wir haben ein Meisterwerk geschaffen. Come to the point, Wilhelm. Se Pinnis. Se Pinnis grande. Grande, very grande. Very grande, weil es ist internationale Künst. Schau, jetzt ist es almost as big as me. Sköter, Wilhelm. Ich überlege, wo wir verkaufen diese Exklusivität im Buf-Buf. Mit Delilah? Ja. Oh, da kam's a car. Do you want to buy maybe our new painting? Der 18 hässlichste Penis, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Die festlichste? Deiner ist Nummer 23. Danke. Der ist hässlicher wie der? Nein, der ist hübscher als der. Ah, danke. Das ist mein Penis noch nie gesehen. Hat sich dieses Projekt bezahlt gemacht? Ganz und gar nichts. Alter, ich glaub's doch nicht. Okay. Wir haben dieses Bild gemalt und haben dann eben ein bisschen so inspo für einen Song gehabt, haben einen Song geschrieben, haben den gemacht, haben den Kitty Cat vorgespielt und die ist halt jetzt einfach auf diesem Song, den ihr schon ein bisschen gehört habt. Und jetzt müssen wir das Musikvideo drehen und das tun wir jetzt auch. Und ihr seht dann auch die Reactions und am Ende sehen wir uns hier jetzt nochmal. Und ja. Wilhelm und Sköter werden überfahren. Sköter, wait for me. This is not very correct of you. The scenery for today is Johann Wolfgang Strauss. Is this Johann Wolfgang Strauss? No, it's just Johann. It's not Wolfgang. It is to look good. It is to look good. Yes, yes. Sure. Wilhelm. Yes, Sköter. The people are watching. It is okay. It is okay. Die denken sich so, ich wusste nicht, dass es so klischeehafte deutsche Engländer gibt, die Wilhelm und Sköter heißen. Wilhelm und Sköter. Warum reden wir dann auf Englisch, weil wir Deutsche sind? Because of you are not afraid to come on the sidewalk. Because of you. Because of you. The second singer. Another one bites the art. Dum, dum, dum. Another one paints the picture. Oh, deswegen. Also, die Hanna reactet jetzt. Das erste Mal. Wir haben das Musikvideo des Jahres und wir wollen eure Reaktion dazu. Bist du sowas von ready? I'm already ready. This is an original Künstlersong. Sköter, holen, Wilhelm. Das ist eine Artistik-Duo. Alles, was du siehst, ist Künst. Alles, was wir lieben, Künst. Alles, was wir machen, Künst. Alles, was wir haben, Künst. Genau, Künst. Wird kackt auf die Straße, Künst. Operiert in Wasser, Künst. Sogar Kiddie-Kettisch. Alles ist einfach Künst. Aber was ist mit... Dein, alles ist Künst. Alles? Alles. Wirklich alles? Wirklich alles. Kunst, shit. Ich fick deine Jung, shit. Alles, was ich bei fünf Haufen bauen muss, bumm sich. Hier, Bad Girls lieben mein Swag. Alle diese Gay Boys lieben mein Dad. Ich bin eine sick bitch, yeah. Rip, big bitch. Ich sag zu deinem Big Dip in... Ich komm mit Main-Disch und Dessert. Ich mach Faxen, safe, mon frère. Holy shit, ist das gut. Oder? Das ist insane. Jetzt kommst du auf Spotify? Ja, die Kinos in deiner Nähe. Das ist so gut. So geil. Kann ich das nochmal sehen jetzt? Echt, finde ich so gut. Ich glaub, Wipes. Oder? Yeah. Was macht ihr heute? Ich bin einfach Candice. Ja. Leon. Leon? Weißt du, was die beiden wieder gemacht haben? Warum hängt dein Penis in unserer Wohnung? Wir machen halt schon wieder Kunst. Ich mach den Eiffelturmhain. I love it. Geil. Können wir kurz drüber reden, dass ihr nicht einmal 24 Stunden für das gebraucht habt? Das ist schon krass. Das ist crazy, oder? Oh, was ist das? Das ist so gut. Das ist so geil. Das ist richtig cool gegeben. Das Ding ist, es kann sein, dass ihr eigentlich wirklich einen guten Song machen wolltet, aber jetzt verkauft ihr das als Joke. Nein, nein. Was habt ihr da bitte verwendet für die Scheiße? Snickers oder was? Ne, da war irgendwas am Boden. Nein, so Bockerl waren irgendwie am Boden und ich so, heute war schon was für Scheiße. Da war irgendwas am Boden so, actually scheiße. Die Lines, wer hat die geschrieben? Ja, sie. Also sie hat, irgendein Teil hat sie geschrieben, wir haben den anderen Teil. In zehn Minuten, oder was? Ja, so ziemlich zehn Minuten. Ich meine, sie macht es beruflich. Sie macht es beruflich. Man lernt schnell mit euch. Danke. Ah, deswegen bist du jetzt so gut. Ja, voll. Also es hat sehr abgefärbt auf meine Künst. Was sollst du den ganzen Song jetzt hören? Ja, war der Beat und so jetzt? Also, die Inspiration war Bad Mom's Jade, Zirkus. Und dann hat Kiri Ketsu gesagt so, ja, sie wird halt mitmachen und so. Und dann waren wir so, ja, okay, aber jetzt können wir nicht. Ja, wir müssen einen anderen Beat dann machen. Und dann hat Maike Nino vor einer Stunde den ganzen Beat selber gemacht. Das kann ein richtiger Trend werden, aber dieses Künst klingt so dumm. Das Künz-BOV, die Einrichtung deiner Freundin. Weißt du, ich meine, so wenn du zu Hause bei dir alles vollgestellt wird, dann so Künst. Oh nein. Ich schaue jedes einzelne Video, was zu diesem Sound gemacht wird. Ja. Jedes einzelne schaue ich und ich like es. Dauert auch nicht lange drei Videos zu schauen. True. Darum geht es. Hier kann ich es nochmal sehen. Ich fand es so geil. Du verstehst. Das ist ein ordentlich klingt, hat ein Sound. Ist so, deswegen bin ich dann so, let's go. Die Leute sollen halt direkt mal, sag, brack, Videos dazu machen. Und dann bin ich dann drunter. Und in jedem Video bin ich drunter. Und ich sage denen, yes, girl, kommt true. Wenn ihr das komplette Musikvideo sehen wollt, dann schaut bei Mike vorbei. Und wenn ihr richtige Künste haben wollt von Kitty Cat, sie hat den Song geschrieben für 2014, gönn dir. Kommt an die 29. jetzt raus. Also gönn dir. Und ich würde sagen, like, subscribe für mehr so eine crazy shit. Ich kann es auch immer nicht glauben. Ich habe ein Feature mit Kitty Cat, like what the fuck. Und wartet noch auf die Endcard. Künz-Shit, ich fick deine Jung-Shit. Alles, was ich bei 5 auf dem Baum muss, bumm sich. Bad Girls, lieben mein Swag. Alle diese Gay Boys, lieben mein Dad. Ja, sehr gut. It's a rap, everybody. It's a rap, everybody. Thank you. Yalla.